Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Bad von The Evil Within und auch den letzten Bad für diese Aufnahmesession. Jo, wir schleichen uns wieder. So. Schön, sanzige, gnädige Frau. So, und wir nehmen das hier mit. Ein Kartenfragment, was ich schon wieder was sehen hätte. Meine Güte, Zocki, was machen wir nur mit dir? Ja, verzweifeln. Das Beste, was du tun kannst. So, und auf, die Türl. So, meine Damen und Herren, wo seid ihr? Kollegah? Ey, Kollegah, wo bist du? Bin ich von da nicht gekommen? Ich glaube schon, ja. Also hier lang. Nehmen wir gerne mit. Nehmen wir gerne mit. Da ist schon wieder ekelhaftes Getier unterwegs. Aha, da geht's runter. Ich weiß noch gerade nicht, ob ich runter soll. Ich weiß noch nicht, ob ich erst die Türeschreihe. So Da würde es sich anbieten, ein Sprengdingens zu haben, Bolzen herstellen mit Steuerung, Bolzen wechseln. Hm. Ich würde sagen, den Nebennen könnte man auch einmal herstellen. Vielleicht. Okay. Ausrüsten. Tun wir gleich mit dem. Okay. Was habe ich getan? Ich habe mich verdrückt. Und zwar so sauber. Kannst du vergessen. Laden. Sofortextladen. Das muss ich im Safe-Room machen. Sofortext. So. Ich habe mich voll verdrückt. Es tut mir leid. Ich wollte eigentlich nachladen und dann schlägt der einfach. Der Tipp. Ich wollte nämlich eine Sprenggranate, also so ein Sprengbolzen drüber schießen in der Hoffnung, dass es den zerreißt. Dann bauen wir den Scheißdreck hier zusammen. So. Gehen wir mal wieder da hin. So. Also. Boah. So. Bolzele. Wir wollen einmal den machen. Dann. Ähm. So. So. Passt. Und natürlich den ausrüsten. Nachladen. Geht nicht? Darf nur einer tragen, ne? Ja, ist gut. Geht schon. So. Weil ich möchte gerne. Halt. Das Kartenfragment. Das Kartenfragment. Das lag hier, ne? Ja. Passt. Zack. Zack. Auf das Tierl. Ähm. Hier runter. So. Dann wollte ich hier rein. So. Her mit dem Zeug. Her mit dem Zeug. Die Fallen schärfen wir auch noch fix. So. Dann stellen wir uns gut hin. Ich heize den schon mal an. Jetzt sehe ich nichts. Oh. Das war falsch. Hallo. Hallo. Wah. Das war die falsche Dastische wieder. Ich wollte jetzt schleichen. Es haut so nicht hin. Gar keine Chance. Das wollte ich eigentlich so alles gar nicht machen. Muss ich jetzt nochmal laden. Weil es so nicht perfekt lief. Ich muss es fast machen. Wir spielen ja schwer. Mann. Das ist wieder ärgerlich. Ich muss es fast machen. Das muss perfekt laufen. Aber sie sind nicht mehr blöd. Sie rennen nicht mehr ins Feuer. Die warten beinhart ab. Bis das Feuer weg ist. Und dann laufen die Kribbeln erst. Es ist unglaublich schlau. Sind sie schon? Ah. Warte. Warte. Zuerst bauen wir jetzt. Zuerst bauen wir unsere Sachen. So. Das müsste passen. Dann. Hat er das nicht genommen? So. Möchte ich gerne nachladen. Okay. Das Automat ist schon. Ist schon. Ähm. So. Dann. Speichern. Meine Güte. Nein, nicht schleichen. Speichern. Hä? Du sollst speichern. So. Also. Ähm. Hier drauf. Ich bitte drum. Jaha. So. Und jetzt gehen wir. Mann, ey. Was für... Echt peinlich. Wieder sieben Minuten für nix. Naja. Was soll ich machen? Also. Kartenfragment. Nicht vergessen. Passt. Tür auf. Licht aus. Oder vielleicht auch nicht. Jetzt sollte ich es brennen lassen. So. Na, bitte. Hallo. So. Gut. Pistole. Wir schauen mal aus. Die ist voll. Passt. Brauchen wir nicht. Vielleicht dann doch neugierig, was dann da unten wäre. Ich fürchte der Weiterweg. Ich bin. Schön Dann schauen wir mal Ja Nehmen wir gerne mit Schön Okay Hier geht nix Hm Ja, jetzt müssen wir gut wissen, ne? Wo geht's weiter? Hier oder dort? Schaut eher hier aus, ne? Dann wär's besser, wenn wir zuerst runterklettern und schauen, was es dort gibt Ähm, falsche Richtung Die sollte ich vielleicht auch verbrennen Wär ja besser Sicher ist sicher So, schauen wir mal Was gibt's denn hier? Aha Da ist nix Wir werden die Pistole verwenden Bin gerade voll konzentriert Entschuldigung Na? Ah, da kommt er schon Ich schau noch, ob er was gehabt hat Ja, nein Na, schaut nicht Schaut nicht aus Irgendwas ist damit leer, dass die benutzen Hochklettern Ja Schaut nix gehabt zu haben Muss mehr kontrollieren So So Zusammenschlagen So Sehr gut, sehr fein Da meine Truhe Oh je Okay Hat hingehauen Achso Hoppala So Wow So So, was haben wir denn da? Neuer Gegenstand Kältebolzen Aha Ein Sprengstoff für die Qualenarmbrust Die getroffene Gegner vorübergehend durch Kälte erstarren lässt Abgesehen von bestimmten Gegnern bricht das Ziel nach dem Erstarren auseinander Das ist cool Cool Nehmen wir gerne mit So Sehr gut Ja, schön Sehr gut Jetzt haben wir schon einen Tausender Könnte man eigentlich schon wieder was lernen gehen So Hat sich ausgezahlt So Warte mal Geht's hier weiter Nein, ne? Na So Dann wieder zurück Ich hoffe, wir lösen die Falle nicht aus Das wäre sehr bitter Ah Echt jetzt? Was hat mich jetzt erwischt? Ach, das ist wirklich doof Das ist jetzt echt nicht fair Warum ist die Fall? Ach, komm Das ist echt schon lächerlich Wirklich Wirklich Total lächerlich Total lächerlich Total lächerlich Habe ich dir schon gesagt? Dass es total lächerlich ist Unfassbar So Was dummes Unfassbar dumm So Unfassbar dumm Da fällt mir jetzt gerade nichts ein zum Sagen drauf Wirklich nicht Da fällt mir gerade echt nichts drauf ein zum Sagen Ich bin einfach nur sprachlos So Einfach nur sprachlos Ich habe ihn nicht gut erwischt Er kommt gerne nochmal Hm Oder finde den Weg jetzt nimmer Hallo? Der ist echt doof, ne? Ich habe kein Glück Hallo Doofi Doofi? Doofi? Ach man Ist jetzt drüben rauf Ich weiß manchmal nichts drauf zu sagen So Also das hatten wir schon So Ja Ja Keine Ahnung Vielleicht ist er durch den Sturz nach unten verreckt Ich weiß es nicht Ähm Ja Werden wir gleich sehen Wahrscheinlich stehe wir nochmal So Na Schaut gut aus So Ich bin gerade am überlegen Ob ich speichern gehe Echt Unfassbar Okay Wir haben die richtigen Bolzen Ja Ja Da hat noch wer Überlebt Echt jetzt Nee Oder Wirklich Tja Was war das jetzt Ach komm Nimm's einfach Abheizen Abheizen Gutes Licht So So Da Da wären wir wieder Und ich bin jetzt am überlegen Bevor wir weitermarschieren Ich glaube ich gehe nochmal zurück Der Part ist eh zu Ende Wie durch ein Wunder haben wir das noch geschafft Ähm Und ich glaube ich werde jetzt einfach mal gepflegt speichern gehen So Wenn ich dann den Raum nochmal anfinde So So Und dann Machen wir nächste Woche weiter Ja Wohlwohl Geht schon Doch doch Es ist halt nur ärgerlich Dass ich überhaupt keine Schlüssel anfinde Hm Was ich da wohl falsch mache Wurscht Wir haben jetzt einen Tausender Das können wir noch machen Das Licht können wir auch da mal ausschalten Vielleicht können wir uns noch irgendwas gescheites beibringen Was nützliches Was nützliches So Schlucken zwischendurch So Was hätten wir da noch Magazinkapazität Muss nicht sein Waffentechnisch hier Haben wir da was gescheites Die Feuerrate Könnten wir uns überlegen Die Granaten Könnte man eine mehr mitnehmen Muss gar nicht sein Drei sind eh gut Streichhölzer Muss auch nicht sein Ich glaube Waffentechnisch Was hätten wir hier noch Die ist recht teuer Ne Ah da wird es auch gehen Nachspannen Schneller Das muss nicht sein Das geht eigentlich Aber tatsächlich Hier die Feuerrate Wäre interessant Ich glaube die nehmen wir So Alles klar Passt Das hätten wir Dann gehen wir schnell speichern Und Gutes für heute Da Ja Sie Nimmt mir den Schnaufer Aus dem Mund So Na gut ihr Lieben Ja ich möchte bitte Ja Das war es dann wieder für heute Und für diese Aufnahmesession Boah ey So schön langsam Ganz geschmeidig Kommen wir ja vorwärts Also es ist nicht alles verloren Nur die Hälfte Naja Es wird ja Und wir spielen schwer Nicht vergessen Und blend Na gut ihr Lieben Ich hoffe euch macht das Spiel Weiterhin Spaß Und Freude Vor allem hier beim Leiden Zuzusehen Da gibt es genug Möglichkeiten Und Ja Wir Beenden den Part Und somit bedanke ich mich Wieder von ganzem Herzen Fürs Du und fürs Zuschauen Wünsche euch Einen schönen Tag Einen schönen Abend Eine schöne Arbeitswoche Je nachdem auch Wann ihr das Video schaut Und wir Hören uns Beim nächsten Mal Tschüssi